Was ist mit dir hier? Ne! Was guckst du? Wo? Albert Fink präsentiert Good only knows Die Musik von morgen Schon heute Oh komm lass uns tanzen, so wie die anderen da Hm, da nicht Boah, das ist irgendwie ziemlich geil Musikalisch Da könnte jetzt Stunden stehen bleiben, aber das wollte er sicherlich nicht Wo sind wir jetzt hier? Was ist das denn? Wollen Sie eine Nelke zum anstecken? Wir sammeln für die patriotische Mädchenliga Vielleicht ein andermal Würde sich aber toll machen an ihrem Rever Falls Sie sich's anders überlegen, ich bin hier Patriotische Mädchenliga Okay Steht hier so alle so rum und Klotzen irgendwie Auf die gute Dame hier Hi! Boah, das ist cool Das Jetzt guckst du nur unten Sobald ich rangehe, guckt sie mich an Cool Nicht so wie der Typ eben Ja Das war bestimmt dein Bruder Ach Die ganzen Wildtunnel sind leer Ach Ich dachte jetzt kann ich mir ja mal keine Ahnung So eine Heckenschere mitnehmen oder sowas Auf zum nächsten Ein Mensch steigt ins Taubwasser Als anderer Mensch entsteigt er ihm Wiedergeboren Aber wer ist dieser Mann, der da unter getaucht ist? Vielleicht ist der Sünder und Heiliger in einem Bis ihn die Menschheit wieder erblickt Boah, das ist voll anstrengend da Also Die Gespräche, die sind so übelst so Boah Voll verzwickt Hey, die Jungs sind weg Verdammt Firework Oh, die sind hier Hm Mist Back in 5 Minutes Na gut Wir warten mal nicht Wehrt mir bloß nicht so ein Finkenradikaler John Ich will keine Rolle in dem Stück Ich heirate einen Vox Populi Klar? Finkenradikaler Abgezogen hat sie dich Abgezogen Schon wieder Du Lüsche Jetzt ich Papier Ah, unentschieden Na komm Spielt ihr mal lieber Oder was Ach Schon wieder lernen Mist Manu Ich will Geld Money Money Money, Money, Money Oh Es ist manchmal so Hier finde ich sie, haben sie gesagt Telegram für sie Bis Telegram für sie, Sir So Der Wood Stop Machen sie Comstock nicht auf sich aufmerksam Stop Was immer sie tun, nicht Nummer 77 10 Stop Lutess Lutess Was zum Lutess Geh nach Monomood Island und finde das Mädchen Guten Tag mein Freund Hallo Ach da Hi, Gute, Servus Ich wollte nur das Plakat angucken, keine Angst mehr Der Turm beschützt das Lamm Bei den falschen Hürden Ok, Comstock Comstock Sollen wir nicht aufmerksam auf uns machen Und Da liegt Geld Wer ist Comstock Was machen die zwei denn da hinten Zit, 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 zit Huh Lemonade Salz Was, wie Salz Was für Salz Schön Ähm Hey, cool Hä Stell dir nicht grad Stell dir nicht grad Stell dir doch grad welche Moment 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 mal Da standen doch grad welche Strange Ganz, ganz komisch Ich Ich Auch nicht Das sagt ja dauernd Wollen wir reingehen Produziert von Mr. Jeremiah Pink persönlich Höp, sprich denn jetzt hier Wer von euch hat die göttliche Gabe einer Kraft schon versucht Einschluck Einfach mal dann erstmal hier gucken Die unglaublichsten Taten zu vollbringen Kann ich mal hier durch Kumpel? Die Straße ist gesperrt Kumpel Die bereiten schon das Feuerwerk vor Da hinten ist genug TNT um ganz Peking in die Luft zu jagen Wieder mal Na gesperrt Ich muss mir einen anderen Weg suchen Ach Kumpels, kommt schon Machen wir auch keine Ausnahme, die Kumpels Na süße Tchup Und dass Kinder passiert, wenn ihr zu viel Gras raucht Hehehe Weeeee Hallo mein Freund Na wo, grüß dich Popcorn, gibst du mir was ab? Ne? Ne? Ah, doch nicht Mal hier Eie, der Witzker Hm 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 Was weiß du vollbringen? Geld Der Prophet ist fair und freundlich Und er hat Mr. Jeremiah verliebt Drei Typen, meine Frau Na ja Ich kann es mir persönlich Euch diese Wunder zu bescheren Gelobt sei unser Prophet Gelobt sei unsere schöne Stadt Wenn ich sagen würde Dass ein Mensch Blitze aus seinen Fingern abfeuern kann Würdet ihr mir glauben? Oder dass ein Mensch einen tonnenschweren Hengst einfach hochheben kann Würdet ihr das glauben? Nun Freunde Ich sage euch Das sind keine Hirngespinste Das sind keine armen Märchen Cool Nein Herrschaften Ich spreche Cool, cool Krass Produziert von Mr. Jeremiah Fink persönlich Wer von euch hat die göttliche Gabe einer Kraft schon versucht? Ein Schluck Ihr seid in der Lage Die unglaschsten Töne Also wie gesagt Ich bin jetzt hier still bei dem Ding Ernsthaft? Ernsthaft? Wer gehts bei euch noch? Hater Werbung für Kinderzigaretten oder was? Krasse Scheiß Bockender Bronco Lieber Äh Pince Wir sind in die kraft Boppen Da Bronco Kirr Wiss ... ... Wie? How to play S-R-Richtum-Osteresum-EIN-Kraft zu benutzen Obviously Oh, ist ein anderes mit hochgehoben. Jawoll! Auf geht's! Ich hab einen Lauf! Zack, zack! Ding, ding, ding! Oh, cool, es gibt Geld. Gibt's noch mehr Spiele? Die Skylines von Columbia. Bevor Fink die Skyhooks rausbrachte, hat sich mehr als einer bei einer Fahrt den Hals gebrochen. Kaufe Tomaten in Columbia verkaufen zeitliche Art und nützliche Güte. Äh, hier oder was? Bock in der Prunko? Ne. Wo weiss hochgehen, brauchen wir jetzt nicht. Neue Preise. Auf Gewehr. 20 Punkte für die coole Tasche. Oh, Waffe. Auf geht's jetzt hier. Komm, gib mir was. Oh, der war zu schnell. Mist, es kommt schon. Mist. Erster Platz, jawoll! Ha, haben wir nur drauf gehalten. Das war ja einfach. Peng, 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 peng! Oh, ich glaub was hier los ist. Kann man sich nicht mehr irgendwie konzentrieren auf das schöne Musikstück da hier. jeder Name kommt hier rum, ey. Was ist mit ihm hier? Handyman! Jetzt neu am Telefonieren, was? Oh! Ist er ein Mensch oder eine Maschine? Nur columbische Genie konnte solch ein Wunder erschaffen! Der sieht jetzt irgendwie nicht so wirklich glücklich aus. Oh, mein Kerl. Hast du sowas schon mal gesehen? Er wirkt so traurig. Traurig, wenn man so stark ist, wieso dann traurig sein? Das Maul. Guck dir den Kerl mal an. Oh, mein Ding. Mann, nein, Mann. Ist das ja Salzer-Tomate. Hm. Vier Geschmacksrichtungen. So viele? Was ist so falsch? Ein Vanille. Karamell bin ich jetzt nicht so der Fan von Vanille. Joa. Seht ihr hier? Ich spiele hier mit dem Jojo. Cool. Oh! Aus welchem Hafen kommst du denn? Hast da gerade Sturm? Du verstehst was ich meine, oder? Nee, nicht wirklich, aber... Mach mal ruhig weiter. Mit dem, was du da auch immer grad machst. Oh, so, rumstehen. Oh, Pappkorn. Hey, Pappkorn. Hey, Pappkorn. Ja, ja, ja. Ist aber mein einziges Laster. Oh, ja. Naja. So, die gute Dame hier hat grad noch was gewollt. Nimm was. Was? Gratisprobe. Was steht denn hier? Salze. Hm. Victor? Aha. Oh, jetzt häng ich grad. Geben sie her. Mit einem Flüstern hören dir alle zu. Wow. Was geht ab? Ähm. 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 Beherrschung. Drücken Sie die Maschine während Sie alliierten. Ach. Diesmal ist Ton oder was? Drücken Sie die Maschine während Sie in der Maustaste. Drücke recht im Maustaste, während du Beherrschung... Oh, Entschuldigung. Ähm. Während Beherrschung ausgerüstet ist, um meine Maschine zu einem Verbündeten zu machen. Nein, jetzt haben wir da unten links eine Anzeige. Sorry mein Freund, der Jahrmarkt ist restlos ausverkauft. Der Eintritt ist daher Bürdenträgern und wir dies vorbehalten. Schätze, ich ziel nicht dazu. Hm. Gucken wir uns mal noch hier so, um was wir noch so haben. Was ist das hier? Boah, die Venture finde ich cool. Aber hier ist so ein Übermaß an Soundinformationen.